Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht in diesem Video in erster Linie um die sogenannte Rasiersteckdose, wie man sie häufig in Hotelsmann antrifft. Wir sehen hier das entsprechende Schaltzeichen. Man trifft es oft auch auf den Rasiersteckdosen an. Hier sehen wir ein Exemplar von Legrand, hier ein weiteres Exemplar von Hager. Rasiersteckdosen arbeiten nach dem Prinzip der Schutztrennung und zwar konkret nach der Schutztrennung mit nur einem Verbrauchsmittel. In diesen beiden Fällen ist es so, dass die normale Netzspannung von 230 Volt in eine 230 Volt Spannung transformiert wird, ich aber auch 115 Volt abgreifen kann. Das ist bei beiden Exemplaren hier der Fall. Ich persönlich habe solche Rasiersteckdosen bisher in Deutschland immer nur in der Variante gesehen, dass sie auch nur 230 Volt geliefert haben. Auch hier möchte ich natürlich wieder darauf hinweisen, dass es nur um das Grundverständnis der ganzen Sache geht und dass die einzelnen Fälle manchmal deutlich komplizierter sind als hier geschildert. Das gilt vor allem für die Bereiche, die ich gleich im Raum mit Badewanne oder Dusche aufzeige. Die zeige ich hier nämlich nur sehr grob auf. Die muss man im einzelnen Fall tatsächlich sich deutlich genauer ansehen. Der häufigste Einsatzbereich von Rasiersteckdosen ist genau dieser Raum, nämlich der Raum mit Badewanne oder Dusche. Nicht zu verwechseln mit einem Gäste-WC, das hat in der Regel keine Badewanne oder Dusche. Räume mit Badewanne oder Dusche haben mehrere Bereiche, die Bereiche 0, 1 und 2. Über die Bereiche 0 und 1 spreche ich hier nicht, dort sind die Vorschriften noch strenger als im Bereich 2. Aber der Bereich 2 ist halt ein Bereich, in dem man gerne Steckdosen installieren würde, aber herkömmliche Steckdosen dürfen dort nicht installiert werden. Das geht so weit, dass nicht mal die Abdeckung einer herkömmlichen Steckdose auch nur einen Millimeter in diesen Bereich 2 hineinragen darf. Bei Unfällen wird das sehr eng gesehen. Ich werde nun hier den Bereich 2 sehr grob beschreiben. Wie gesagt, im Einzelfall muss man sich das noch mal ein bisschen genauer ansehen, wie weit der Bereich sich da wirklich erstreckt. Grob beschrieben ist der Bereich 2, der Bereich, der sich um den Badewannenrand 60 cm weit erstreckt. Bei einer Dusche sind die Spielregeln etwas anders, vor allem wenn die Dusche keine Wanne hat. Also 60 cm um den Badewannenrand herum befindet sich der Bereich 2 und der hat eine Höhe von 2,25 m. Das heißt also in diesem gesamten Bereich um die Badewanne herum bis zu einer Höhe von 2,25 m gelten ganz besondere Spielregeln, unter anderem eben die, dass dort keine herkömmlichen Steckdosen installiert werden dürfen. Da in Hotelzimmern die Bäder häufig sehr klein sind, kann man dann also über dem Waschbecken in aller Regel keine herkömmliche Steckdose installieren. Man kann dann aber eben zu der einzigen Ausnahme greifen, die hier möglich ist. Das ist die sogenannte Rasiersteckdose, eine Steckdose nach DIN VDE 0570 55. Wir sehen hier noch mal das Symbol abgebildet. Die darf im Bereich 2 installiert werden, allerdings nicht im Bereich 1 und im Bereich 0 sowieso nicht. Rasiersteckdosen sind Steckdosen mit sogenannten Trenntransformatoren, auf deren Prinzip werde ich gleich näher eingehen. Solche Trenntransformatoren machen tatsächlich aus einer 230 Volt sinusförmigen Wechselspannung eine 230 Volt sinusförmige Wechselspannung oder eben auch wie bei diesem Exemplar zusätzlich eine 115 Volt Wechselspannung. Sie sind auf eine Ausgangsscheinleistung von 20 bis 50 VA begrenzt. Wenn Sie mit dem Begriff VA bzw. Scheinleistung hier nichts anfangen können, ist es durchaus legitim, das mit einer Leistung von 20 bis 50 Watt gleichzusetzen. Eine Leistung von 20 bis 50 Watt, das ist sehr wenig und deshalb können an solchen Rasiersteckdosen nur Kleinstgeräte wie eben Rasierapparate oder auch Ladegeräte für Zahnbürsten betrieben werden. Verbraucher mit einer größeren Leistung stellen für solche Trenntransformatoren, also Rasiersteckdosen, schlicht und einfach ein Kurzschluss dar. Daher müssen die Rasiersteckdosen und die darin enthaltenen Trenntransformatoren so ausgeführt werden, dass sie kurzschlussfest sind. Das heißt, wenn ein Kurzschluss auf der Sekundärseite auftritt, wird sich der Trenntransformator nicht so stark erhitzen, dass es dabei gefährlich wird. Das ist bei vielen Transformatoren, die nicht kurzschlussfest sind, nicht der Fall. Dort würde sich mit dem Kurzschluss auf der Sekundärseite auch die Eingangsleistung sehr stark erhöhen und damit würde das Gerät gnadenlos überhitzen. Rasiersteckdosen sind mit voller Absicht so ausgelegt, dass man eben keinen Föhn an diesen Steckdosen betreiben kann. Es soll eben nicht so sein, dass man sich in die Badewanne setzt und dort irgendein Elektrogerät betreibt, auch nicht hinter einem Trenntransformator, sprich einer Rasiersteckdose. Auch das bleibt lebensgefährlich. Man geht also hier davon aus, dass ein Föhn einen größeren Anreiz bieten würde, um ihn eben auch dann zu benutzen, wenn man in der Badewanne sitzt, während man einen Rasierapparat nur dann benutzt, wenn man vor dem Waschbecken steht. Aber das ist natürlich auch eine Mutmaßung. Rasiersteckdosen sind sehr häufig auch in Spiegel- schränke integriert, so dass man dann also in diesem Bereich durchaus auch einen Spiegel- schrank inklusive einer solchen Steckdose installieren darf. Allerdings gibt es auch viele Spiegel- schränke im Handel, die Steckdosen enthalten, die jedoch keine Rasiersteckdosen sind. Elektrofachkräfte dürfen auf keinen Fall solche Spiegel- schränke in diesem Bereich 2 hinein installieren. Das ist und bleibt schlicht verboten. Man müsste also für den Fall, dass man in diesem Bereich einen Spiegel- schrank installiert, darauf achten, dass es sich wirklich um ein Exemplar mit Rasiersteckdose handelt. Die gibt es durchaus. Nun zum Prinzip der Schutzwirkung. Wir sehen hier zunächst eine ganz normale Anlage mit der spannungserzeugenden Spule, dem Außenleiter L1, mit einem Pen-Leiter und einem Neutralleiter sowie einem Schutzleiter. Wir sehen auch, dass in diesem Fall der Mensch den Außenleiter berührt. Das ist natürlich extrem gefährlich im Badezimmer allemal, denn es kommt jetzt dazu, dass der Mensch den Stromkreis schließt. Also von der spannungserzeugenden Spule aus wird über den Außenleiter, über den Menschen, über seinen Oberkörper zum Erdreich hin ein Strom fließen, der Stromkreis wird geschlossen. In diesem Fall gibt es noch einen weiteren Weg für den Strom über diese Strecke. Und sofern dieser Übergangswiderstand gering ist und auch dieser Übergangswiderstand gering ist, und das ist im Badezimmer durchaus sehr wahrscheinlich, ist damit zu rechnen, dass der Mensch diesen Kontakt mit dem Außenleiter nicht überlebt. Hinter einem Trenntransformator, also einer Rasiersteckdose, sieht die Situation nun etwas anders aus. Auch hier soll nun der Fall angenommen werden, dass der Mensch durch einen Fehler eine spannungsführende Leitung berührt. Das ist aber nun die Leitung, die sich auf der Sekundärseite dieses Transformators befindet. Wird also z.B. in dem Rasierapparat einen Defekt auftreten, der hier dran betrieben wird. Und der Mensch berührt diese spannungsführende Leitung. So ist zwar auf der Primärseite der Stromkreis nach wie vor geschlossen. Es fließt auch hier ein Strom. Da aber der Transformator die Primärseite mit der Sekundärseite nur magnetisch koppelt, man spricht hier von einer galvanischen Trennung. Kommt es nun nicht dazu, dass ein Stromfluss von der Primärseite auf die Sekundärseite übertragen wird und somit kann keinen Strom über den Menschen schließen? Denn er schließt schlicht und einfach den ursprünglichen Stromkreis zum Spannungserzeuger nicht. Der Mensch wird nicht einmal bemerken, dass er hier eine potenziell spannungsführende Leitung berührt. Und somit wird die ganze Situation ungefährlich. Wie bei allen anderen Schutzmaßnahmen auch, muss man aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass es keine einzige Schutzmaßnahme gibt, die die Anlagen völlig ungefährlich macht. Wir sehen auch in diesem Fall hinter dem Trendtransformator kann es dazu kommen, dass der Mensch lebensgefährlich verletzt wird. In diesem Fall berührt der Mensch beide Leitungen auf der Sekundärseite des Trendtransformators. Der Strom, der nun auf der Primärseite fließt, wird zwar nicht über den Menschen fließen, aber der Mensch schließt ja nun den Stromkreis auf der Sekundärseite des Trafos. Der ist zwar sehr spannungslabil, weil er kurzschussfest ist. Allerdings reicht das durchaus aus, um den Menschen lebensgefährlich zu verletzen. Also auch hinter einer Rasiersteckdose muss man vorsichtig sein. Auch dort kann es zu schweren Verletzungen oder sogar zu tödlichen Unfällen kommen. Und man sollte auf keinen Fall ein Elektrogerät benutzen, während man in der Badewanne sitzt. Auch nicht ein solches, das an einer Rasiersteckdose angeschlossen ist. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Prinzip des Trendtransformators und der Rasiersteckdose näher bringen. Ich weise ausdrücklich noch mal darauf hin, dass das Ganze hier stark vereinfacht ist, insbesondere was die Bereiche im Raum mit Badewanne oder Dusche angeht. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.